Was geht ab, Leute? Ich hab mal wieder ein neues Spiel entworfen und zwar ist es diesmal eine Orbi. Ja, genau, es ist das Orbi. Also, ich hab sie mal durchgespielt, sie ist auch sehr kurz, finde ich, für eine Orbi. Aber, ist okay. Ähm, so fängt man hier an. Man hat etwas länger den Spawnschutz. Genau so! Okay. Man respawnt hier. Falsche Richtung. Genau, so, so, zack, zack, boom. So, das ist schon mal jetzt ein bisschen schwerer, weil gleich kann ich die... Genau, so. Zack, 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 easy. So, das Trampolin nervt ein bisschen, weil das braucht ein bisschen länger. Also, das ist so ein... Alles, was hier sich so bewegt und alles drum und dran, das sind so lila Sachen. So, habt ihr auch gerade gesehen bei diesem, wo das hier mich an die Seite geschoben hat. Natürlich, das darf, das darf doch nicht fehlen. Das muss doch in jeder Orbi dabei sein. Und hier ist halt nur so eine einer Plattform, deswegen müsst ihr hier auch mal ein bisschen aufpassen. Und Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr die Orbi einfach selber spielen. Okay, ich hab's ja auch schon veröffentlicht, also komplett veröffentlicht für alle. Wie mein letztes Spiel hab ich auch schon für alle veröffentlicht. Yo, das ist jetzt ein bisschen kniffliger. Jo, okay, das ist crazy, dieser Jump. Den müsst ihr nochmal schaffen. Genau. Und hier, ich geb euch schon mal einen Trick, der mich vielleicht einfacher wird. Und hier unten bin ich. Genau. Und das war meine Orbi. Und dann könnt ihr hier mit den... Ja. Ja. Genau. Jetzt hab ich auch noch... Ich hab auch noch das hier. Ich hab auch noch das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Bro. Bro. Nice, bro. Ich bin... Bro. Bro. Bro! Bro, what the fuck. Doggos! Ich muss da auch hoch, warte, ich muss da doch irgendwie hochkommen, au au, what the hell, fly, da steht doch fly, ich will doch fliegen, aber es lässt mich nicht fliegen, super jump, okay Leute, das war's mit meiner Robi, ich hab's jetzt gefahren im Ball.